10.30 Uhr, am 28.10 Uhr, Leve Jänge, Etienne Villalos. Einen herzlichen Gruß von mir hier auf der Bühne hinaus in die Welt, hinaus zu allen Karnevalsbegeisterten hier in Kölner Westen. Schön, dass ihr im Zahnreich da seid. Mein Name ist Horst Gürten, ich bin der kommissarische Präsident des Festkomiteers öffentlicher Karneval und habe deswegen heute die extrem große Ehre, euch hier im Saal, hier im Center, aber auch im Grunde ja der ganzen Weltöffentlichkeit, unser neues designiertes Dreigestirn, und Kinderbreigestirn des Kölner Westens für die Session 2023-2024 vorstellen zu dürfen. Und wir haben das in einem ganz neuen Rahmen. Ihr wisst vielleicht, in den letzten Jahren haben wir das eher immer klein, nur für die Presse gemacht, aber wir haben gesagt, wir brauchen die Öffentlichkeit jetzt nach Corona, wir brauchen die Aufmerksamkeit, damit wir auch Kinder bekommen für das Kinderbreigestirn. Und deswegen heute hier, ich sage mal ganz nah am kommerziellen Herzschlag des Kölner Westens hier im Rhein-Center, an dieser Stelle vielleicht schon mal ganz herzlichen Dank für die Verantwortlichen hier im Rhein-Center, dass wir die Möglichkeit gestellt bekommen haben, heute hier unsere Veranstaltung durchführen zu können. Und die Veranstaltung, die wird geprägt sein von unseren Stars, und wer das Festkomitee Lüblicher Karneval kennt, der weiß, ich stehe hier irgendwie immer in der Rückkopplung, das stelle ich mal hier vielleicht ins Messerbte. Wer das Festkomitee Lüblicher Karneval kennt, der weiß, unsere Stars, das sind die Kinder, das sind die Fans aus dem Kölner Westen, und deswegen fangen wir heute ganz viele davon auf die große Bühne, und wollen damit auch gleich loslegen, auf die große Bühne rufe ich zuerst die Tanzgruppe der KG Großjungkastner von 1973 e.V., unser altes, noch amtierendes Kinderbreigestirn der Session 22-23, und natürlich die großen Stars, die dir heute vorgestellt werden, das neue designierte Kinderbreigestirn, 23-24. Bitteschön, Herr Kapell, das ist ein bisschen Musik, und dann Kölnrupp. Musik Hey, 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 hey! Komm mit mirule, führe ichえ mir um seine Führung oder Kleinunge. Dann können wir's immer essen, kommt, dann alle, mal einfach uns in ein fangen Fall, bestả irgende Fehler sich, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind auch vorgegangen. Das ist so nett. So, das ist der Mikro. Das ist der Mikro. Ich muss mich noch oben ankommen. Ja, das ist ein bisschen. Ich bin hier dran. 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 So, das muss aber auch. Ich muss mich noch oben ankommen. Ja, also technische Schwierigkeiten, das gehört auch dazu, aber wir haben es überbrückt. Jetzt haben wir ein anderes Mikro. Da gibt es auch weniger Rückkopplungen dann. Ihr seht hier, aufgezogen, die Kinderkanzgruppe der großen Junkersklauber. Und wir haben hier vor allen Dingen die Stars der letzten Session, den Laurenz, die Silja, den Peter, den Paul und die Stars der neuen Session, den Paul, den Max und den Ere. So. Und bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die tanzenden Kinder an, die ein neues Programm und ganz viele neue Kinder in der Gruppe haben. Wer ist denn der Ansager, wenn wir uns das Mikro mal geben? Alle auf zusammen, schön, dass alle da aus sind. Wir sind eine Fans und eine Jugend von den großen Junkersklauber KMG von 1573. Geht raus! Hüpft bauen wir mit Verbietungspyramide und lassen wir mit Romeo über meinem Rausterplatz. Trophäen, stell dich um zur Gruppe für Ravide! Und wenn du keine Angst zu den Träumen hast, Wir sind nicht rüßend drauf und nicht rüßend drauf. Wir bauen bunten Pyramiden und jeder soll sie sehen. Es sind die ersten von ganz vielen und sie sollen für immer stehen. Wir sind immer von unserem Mund und Pyramiden. Wir kommen über unseren Kämmern. Vom höchsten Dante! Ich will nur Metropole, aber jeden kennt Ich will das Eck zu rock und heute mal zu fern Möge ich weh nie denn ab und setz alles auf hoch Und dann bei Jürgen Kater hab ich Angst vor meinem Tod Ich bin dagegen, weiß nicht genau so viel Ich feier halt das Licht, nur nicht von meiner Trieb Ich bin das Liga von einer Generation Irgendwie geht's mir gut, denn wir schaffen das schon Weil es nur so geht, zwischen dem Arm und dem Rest Fass mich, wie's dir geht, ist auch okay, okay Ich bin alles und nichts, was ich verwandt Wir sind Kandale, Kandale und total Wir sind Kandale, 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 Kandale Wir sind Kandale, 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 Kandale Aydemann, wo ich werd ich jedes Jahr Mit der Trum-Tum-Tum, mit der Trum-Tum-Tum, mit der Trum-Tum-Tum, das denke ich die Fälle. Mit der Trum-Tum-Tum, mit der Trum-Tum-Tum, das macht mich schon so, Mama. Und ich sag nie mehr Fasten-Lorde, nie mehr Rudel-Mitzen, nie mehr Fasten-Lorde ohne dich. Mit der Trum-Tum, mit der Trum-Tum, das Opera kann man wieder stark продensen. Und ich sage dir, keine Trim-Tum, das macht mich schon so, Mama. Und ich sage dir, keine Trum-Tum-Tum, mit der Trum-Tum, das Tribe ist gegeneig, ich sage dir nicht so, Mama. Musik 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 Die Kindertanzgruppe der Groß-Junger-Store von 1963 e.V. Vielen, vielen Dank für diese großartige Vorbedabigung. Ich muss sagen, wer weiß, dass 16 neue Kinder, glaube ich, bei euch diese Session angefangen haben und wir es ja nun wirklich noch ganz früh in der Session haben. Eigentlich hat es ja noch gar nicht angefangen. So professionell hier schon auf der Bühne was hinzutaubern, das ist wirklich ein besonderer Applaus, ja. Fantastisch. Applaus Sehr schön, wenn die Kinder auch vor allem stehen, dann muss natürlich der Moderator mit etwas Handweinigem jetzt erst mal kommen, um das zu überdecken. Deswegen begrüße ich die vielen Honorationen, die den Weg hier hingefahren haben und unserer Einladung gefolgt sind ganz herzlich. Willkommen heißen natürlich zuallererst mal die Präsidenten unserer drei Muttergesellschaften, den Karl-Geo-Fanken, Präsident von der großen Junker-Store, den Robert Lempach, den Kollegen der KG-Löschen der Neustadt, der Frank Röschner als der KG-Löschen von der Römergadewein. Und aber auch viele andere sind noch dabei. Ich begrüße vom Kronbach, den Geschäftsführer des Ehrenfelder Festausschusses, den Pedro Manuel González, der Vizepräsident der ganz frisch neu eingetragenen Karabas-Gesellschaft EGIEG. Der hat mir auch noch einen Zettel in die Hand gedrückt, ich soll erst mal Fahre machen für deren Sessionseröffnung. Praktisch dabei, da haben sie das auf den Hilfen gelegt. Ab 15.00 Uhr im Moxie-Hotel. Wenn wir Interesse haben, wir liegen auch Flyer auf. So, wir haben noch hier den Dirk Hänse. Der Dirk Hänse, zu dem komm ich gleich aber noch. Und dann haben wir die Angelika Blatz hier, die Vorsitzende der Literatur-Antenbehandlung von Köln von 1987, den Joachim Badura, den Bas von der Muzelmännchen und die Angela Stausberg, die Pressesprecherin von der großen Kölner, alle Honorationen ganz herzlich begrüßt. Bedankt, dass ihr hier seid. Und ich habe ja gerade schon angekündigt, den Dirk Hänse, den holen ich gerade mal auf die Bühne, gerne auf den Rauf, der Hänse. Und da gibt es 20 Sekunden der Freakur. Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Mein Name ist Dirk Hänse, ich komme von der Kinderhilfsorganisation Nestwärme. Wir sind eine Organisation, die bundesweit Familien mit beeinträchtigten kranken Kindern betreut. Und das tun wir hier in Köln auch mit Volkshochschulkursen zum Thema Seelische Gesundheit, mit Beratungen für die Familien. Und ja, ich habe heute was mitgebracht für alle Kinder, die hier heute Morgen tanzen oder noch tanzen werden. Das sind sogenannte Mutmacher, wenn Sie so kurz halten, den zeige ich Ihnen mal. Die verteilen wir natürlich an die betroffenen Familien, aber die ganzen Ehrenamtlichen, die diese Mutmacher für uns häkeln in dem Fall, haben einen ganzen Schwung gemacht, um die Leute an die Kinder, die hier heute Morgen tanzen, zu vergeben. Mut für die Session 2023-2024 und auch ein Stück weit die Idee von Nestwärme, die Stimme für die Kinder zu erheben, damit die Versorgungssituation in Deutschland für einrichtige Kinder besser wird. Und ja, wir laden jedes von Ihnen jetzt ein, sich hier vorne Mutmacher abzuholen. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt sollte ich bitte herzlich willkommen und begrüßt fühlen. Insbesondere natürlich Helga. Und die liebe Helga hat uns schon eine Spende übergeben. Lieber Helga, viel, vielen Dank. Wir sprechen gleich noch privat. So, jetzt aber sind die Nestwärmer verteilt. Die Mühe kriegen natürlich gleich auch noch welche, das ist ja selbstverständlich. Und dann aber vielleicht ein bisschen Musik für den Auszug von den Junkersauer. Und dann aber auch welche, das ist ja selbstverständlich. Und dann aber vielleicht ein bisschen Musik für den Auszug. Und dann wird das Leben aufmerksam. 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 So, vielen Dank. Dann habe ich vielleicht auch gerade die Gelegenheit, unsere drei Prinzentürer schon mal vorzustellen. Das sind die drei, die hier hinter den sieben Kindern, also es sind nur sechs, aber es sind sieben Funktionen, stehen. Das ist von der Römergarde unter Lieber Werner Kunau. So, von der wirwürdige Neustädter Johanna Rodald und von der Gruppe Lübberschauer, bei dem ich der Verwarten habe. Die Prinzentürer, oft haben wirklich sehr viel Zeit, um mit den Kindern zu proben. Das geht immer schon im Sommer los, sie sind jetzt also schon Monate dran und bereiten die ganze Session vor. Das ist ein ehrenamtlicher Job und deswegen vielen Dank für euer Engagement. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Neuen wieder runterzuführen von der Bühne und ich nehme jetzt die Alben mal vor. Abmarsch! So, und jetzt haben wir uns auf der Bühne, das ist ja so, das Kinder-3-Gestirn des Kölner Westens ist eigentlich gar kein Kinder-3-Gestirn, sondern es ist eigentlich ein Kinder-4-Gestirn. Wir haben nämlich als besondere, ja wie sagt man das heutzutage, als besonderen Unique-Selling-Point eine Standarte und die ist genauso wichtig wie die anderen drei Funktionen im Kinder-3-Gestirn. Deswegen arbeiten wir am liebsten mit vier Kindern. Ich habe gerade eben schon gesagt, wir brauchen Kinder. Wer jetzt gesehen hat, hier, das ist ja eine super Sache und toll und will ich auch mal mitmachen. Hier liegen überall Flyer aus und alle, die so eine Spanne haben.